was sieht ab meine pokémons und herzlich willkommen zu einer weiteren folge neu im shop und da seht ihr auch schon wie wir haben hier direkt drei neue items reingeknallt bekommen ultra nice ist der liebes ranger sind auf jeden fall richtig nice aber das problem ist halt einfach wir haben uns vorher schon gesehen um ehrlich zu sein und ich weiß nicht die überraschung ist dann zwar doch groß dass man ein sehr nicht drin haben ich finde auf jeden fall ultra nice aber man hat eben schon bei den ganzen twitter post und facebook und so hat man eben schon gesehen was man bekommt so aber an sich ist das geht wirklich sehr sehr cool man wird das ausgefallen das hat auf jeden fall sehr viel ich finde es auch sehr sehr gruselige welches seien wir diesen mit diesen toten weißen auch und sieht auf jeden fall sehr heftig aus ja aber so hat sich ultra sexy ultra das würde ich mir sogar direkt holen wollen muss natürlich gucken das wird das noch ein bisschen teuer die an der ganze spaßweise seien mit den aus jahren über die warte zieht er genau aufs herz super krasse zoll aus dem v wachs gibt es dieses schmuckstück zu kaufen so dann aber hier der tattoo die tattoo hacke ultra nice nicht schlecht aus muss ich sagen muss ich nicht unbedingt kaufen zieht ja muss ich muss ich unbedingt damit an der seite räume die liebeskummer einfach aus dem weg hat auf jeden fall sehr viel stil möchte sein auch mit dem herz und sowas ist schon die fantastisch aus aber ich muss sagen gut für 800 v wachs kann man sich das ding gut schon leisten muss jeder selbst entscheiden da haben wir spezialkommando haben auf jeden fall schon mehrmals gesehen ein seltenes spezialkommando outfit habe ich auf jeden fall mit damals geholt es war einer meiner ersten skins sieht auch ultra nice aus also den 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 rambo touch haben wir jetzt schneide zahlen sieht auch auf jeden fall sehr sehr aggressiv aus aber auch schon noch nicht geleistet muss er sagen brauche ich es auch nicht unbedingt sein es gibt irgendwie schon höhen also unsere andere outfit dazu ist natürlich auch noch geil der trooper ist am schlüssel ja gut auch nicht wirklich kann man sich gar nicht was anderes brauchen aber ich mir das ist fast selber autobus in weiß glatt rasur habe ich auch schon mal was dazu gesagt auch nicht etwas neues an mir küschen das ist ganz cool macht auf jeden fall sehr viel her zu wenig fall überbreitet ein wenig liebe kurzes schlückchen nebenbei auf jeden fall wenig lief es ist auf jeden fall ein bisschen momen da ist das spiel gedrückt aha egal dafür gedrückt direkt ist die gekauft auch nicht schlecht betoni gut sieht auch auf jeden fall sehr schick aus aber einfach vier gedrückt sieht auch auf jeden fall gar nicht mal so verkehrt aus aber eher was für ladies wäre ich zu sein aber auf jeden fall die kaum empfehlung ist auf jeden fall der liebes ranger 2000 fahrer ist das ding aber sieht einfach wirklich sehr sehr cool aus kann man zu sagen so wenn wir die muskulatur ist sehr aggressiv sehr stehler und die flüge sind sehr cool aus und ja auf jeden fall war es das für heute und ich wünsche euch mit den skins sehr viel spaß